Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hunger Games. Heute spiele ich mit dem Kai und ja Tenna kann heute leider nicht mitspielen, der ist noch beschäftigt. Ja und ihr müsst wissen, ich habe einen Gips am rechten Arm und kann deshalb die Maus nicht so gut steuern, wie ihr gerade bemerkt wahrscheinlich. Hunger Games 4 von Vareide. Na super, das wird ja toll mit dem Gips. Aber wir wollten ja nicht hängen lassen und machen das trotzdem. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab ganz viel Essen. Ich hab ein goldenes Abfluss und ein Hühnchen. ich hab steak kann man mit in den abfluss hier leute kannst du darauf laufen keine ahnung ich bin halt cool hier ist einer das sind snacken ich auch nicht nein warte ich geh mal hier rein vielleicht ist hier was ich kenne die jetzt auch nicht so gut die map ich weiß da war gerade einer im holz ab ich bin hier in den abfluss rein ja ich habe ein gebratenes schweinefleisch hier geht's hoch in den haus rein hier ist einer der den stein schwert nein der hat ein schwert sie hat ein holz weg komm weg ja komm hau den weg aufpassen er kommt da bestimmt wieder ich gehe hier mal ein bisschen weiter obwohl ich warte auf dich du hast ja dann komm raus kommen wir nach unten was war das da ist einer mit dem boot kann ich nicht hier hau den mal bitte ja ich habe das holz ist denn das hör doch nicht hast du jawohl der hatte diamanten der hatte diamanten erwartet da hinten lag doch holz lass mal versuchen ob das ob wir jetzt aufheben können ja vielleicht finden wir noch einen diamanten ich weiß wo einer ist hier wir können dann mal hinlaufen vielleicht hat er noch keine aber das jump und run musst du machen weil ich glaube ich verkackt das mit meiner hand ja da gut mache ich das aber egal kommt ich hoffe mal jetzt dass hier da ist einer egal weiter nicht killen hier ist auch einer der hat ein holz schwert und ich laufe einfach bis hinter mir ist er noch hinter mir ich bin ja also ja gut da kann ich ja was essen oder der läuft hinter mir weg oder brauchst du was essen ne ich hab selber golden ab und sicher ja ok wo noch ein feld, ne ne karte hab ich ich hab nur mal einen kompass und drei pilze ah egal mit karte können wir gucken wo der andere ist oder nein das kann man mit kompass glaube ich ich weiß gar da hinten ist das ja kommt ich hoffe mal war jetzt noch keiner an können wir uns hier mannswert machen ey da ist noch eine kiste kann da ist einer der hat oha ey komm bist du hinter mir ja komm hier ist einer kill den hier ist eine kiste war schon guck da hoch müssen wir das jump and run ich versuche das mal hier ist einer ey hier ist einer im haus drin im haus ja komm weg geh da weg einfach wieso helfen dir doch einfach oh ich bin tot ja ja warte ich versuche das noch zu machen hier mit den diamanten oh wie soll mein illegal move alter du kannst du versuch nochmal zu joinen dann kannst du mich spektaten ja geht nicht ja kacke boah das wäre schwierig der sprung nein fast geschafft bist du drauf ne versuch nochmal ne 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 soll irgendwie kriege ich uns dick vielleicht sei ja sogar einer drin da ist einer der da ist der mit dem holz schwert ich hab einfach ab alle haben schwerte außer ich bin so abgefuckt ich kann gar nicht mehr so boah es leckt so dass ich gar nicht erinnern kann was für eine scheiß runde nein aua okay ich bin nur gefallen ich warte jetzt hier bis die kisten nachgefüllt werden ja ja es liegt mich jetzt und hatte hier da ist einer nein bitte kommen nicht nein die kommen nein verpisst euch die kämpfen ich mal mit ich habe voll viele sachen nein aber ich habe die einfach aufgehoben die sachen goldhelm statt zwei steinschwerter ich habe richtig viele sachen ich habe vier ich habe eine eisenschece plate ich habe wo ich habe volle rüstung der kommt was leckt so ne boah wie geil ist denn die runde noch geworden der läuft einfach weg der lappen ne was ich jetzt für einen speedtrank geben würde boah ich will zugucken er kommt drauf ich habe eigentlich nochmal neu gemacht voll der lappen lässt einfach seine angel fallen und denkt ich lauf dem dann nicht mehr hinterher obwohl ich lauf dem eisenschein ich habe so viele scheiß geile sachen weiß nicht ich darf einfach in der mitte stehen und warte bis die kisten aufgefüllt werden oder ich gehe hier in die kanonisation hier ist da ist einer mit diamantschwert ich versuche den von hinten zu killen ja wo ich habe die mannschwert ja wo ich habe die mannschwert was was weiß ich nicht ich bin grad so aufgeregt doch da unten liegt das diamantschwert hier ist gerade einer runtergefallen ich hab's gehört diamantschwert boah fuck you bitch boah ich bin grad so erledigt ne ich hab so ich zitter grad so boah jonge ich hab und dann hab ich noch alles eisen hier ist da eine oder ich hab alles eisen rüstung außer holz äh nicht holzhose äh lederhose junge wenn ich das gewinne halt die fresse da ist einer in der mitte jawoll tot du nein er hat ein eisenschwert und so ja ich hab genug essen hat sie noch eine bessere hose ist eine goldhose besser als eine lederhose ist ja auch egal ich lass die sachen da einfach liegen hä was willst du mich verarschen was nein 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 bei mir war internet error jetzt bin ich rausgeflogen alle sachen von mir liegen hier rum und ich nein boah fick dich scheiß server ne ich schwöre man vier tribute ich hätte das locker gewonnen das wisst ihr alle ich hätte diamantschwert ich hatte fast volle eisenrüstung hier liegen zwei diamanten rum ja ich nehme noch auf das ist fast penis ey wir sehen uns in der nächsten aufnahme tschö wir sehen uns in dem während Vielen Dank.